Ich freu mich, dass wir jetzt eine Dame bei uns zu Gast haben, die der neue Star der Klassik-Szene ist. Sie singt neapolitanische Arien auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie gehört haben. Bei uns ist Simone Kermes. Hallo, hallo, wie geht's? Sehr gut. Ich hab ein bisschen Kreislauf. Ich hab Kreislauf? Kreislauf. Kreislauf, was soll ich tun? Mit mir quatschen. Okay. Was ist die neapolitanische Arien? Die neapolitanische Arien? Wie würde man das beschreiben? Die Zeit ist zwischen Barock und Klassik. Es ist praktisch der Vorbereiter für Mozart, für Haydn, für Beethoven. Also ungefähr so 250 Jahre? 250 Jahre. Und da hatte neapol eine Hochzeit und hat diese Art, diese sehr schöne Art von Musik hervorgebracht? Ich denke wahrscheinlich die größte Zeit, die Zeit der Kastraten. Das war damals, waren das die Superstars und ja, ich finde man hört in dieser Musik schon Mozart und Haydn und es ist sozusagen der Rock'n'Roll vor 250 Jahren. Aber das Interessante ist ja, dass es wirklich für Kastraten geschrieben wurde. Ja. Und Farinelli. Farinelli ist nicht auf der CD, aber es ist Kaffarelli, eigentlich wahrscheinlich der größere von beiden. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass das eben seit dieser Zeit nicht gespielt wurde, weil es eben auch keine Kastraten mehr gibt. Jetzt. Heute gibt es ja Gott sei Dank Sie. Weit entfernt vom Kastraten, aber hinreißend und wunderbar. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie das aussieht und klingt. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie das aussieht. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie das aussieht. Herr Gott hat gerade gesagt, im Tschechischen war es immer so schwer, endlich mal ein Vokal zu finden, den man lang singen kann. Hier sind ja durch die Koloraturen und durch die Art, das zu singen, das ist ja wahnsinnig schwierig. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie genau diese Art von Musik singen wollen? Wann habe ich das gemerkt? Es ist eigentlich mit der Zeit gekommen, eigentlich durch die Schule natürlich von Mozart und dann der Barockmusik mit Vivaldi. Und dann kommt man da hin. Also ich habe ja eine lange, wie gesagt, lange Bandbreite von... Aber man macht eine ganz... Also natürlich, Sie sind eine ganz klassisch ausgebildete Sopranistin, die sich dann aber natürlich dazu entschlossen hat, eben dieses Fach spezialisieren. Ist es eine besondere Technik, die man da lernen muss? Man muss schon... Ich meine mal, es ist ein gewisses Talent natürlich und auch eine lange Zeit von Erfahrung. Und natürlich, sagen wir mal, auch die anderen Epochen wie Mozart und Händel und Verdi und alles mögliche. Also ich singe ja jetzt nicht nur wirklich diese Musik, sondern eben ganz, ganz klassisch, ne, alles. Aber diese Musik singen Sie besonders gerne und Sie sagen auch immer, wenn man das gerne und gut machen möchte, dann muss man das auch so richtig mit Schmackes und mit Saft machen. Ja, wir wissen ja nicht, wie es wirklich geht. Also die Noten sind total neu gefunden in den Bibliotheken, viel in Italien, in Wien. Und es steht nichts in diesen Noten. Also es ist, Jane, keine Anleitung von Piano, von irgendwelcher Dynamik. Und es war eigentlich unser Geschmack oder unsere Erfahrung, diese Musik jetzt so zu machen. Und es kommt wahrscheinlich doch gut an. Ja, das tut es. Ich bin die Frage ernst. Denn wir wissen nicht, wie war es denn vor 250 Jahren? Also wir müssen das sowieso für die heutigen Menschen transportieren, um die Leute auch zu berühren einfach. Das ist einfach Sinn und Zweck, auch der Musik überhaupt. Wir gehen jetzt so darüber hinweg, es gibt keine Kastraten mehr. Ich weiß wirklich nicht, warum gab es sie damals? Das ist eigentlich eine gute Frage. Die Frauen durften ja nicht auf der Bühne singen. Die Frauen durften nicht, es war verboten, es war verboten, die durften nicht auf der Bühne singen. Aber das war ja eigentlich keine freiwillige Entscheidung zu Beginn des Studiums, dass man sagt, wer macht die Kastraten? Ja, okay, ich. Das ist genau meine Frage. Ja, es gab Freiwillige, die es dann geschafft haben. Aber es ist nicht Kontratenor. Es ist wirklich die Singer mit ihrer normalen Stimme. Aber die mussten in dieser Zeit kastriert werden und dann konnten die sozusagen eigentlich wie mit unserer Stimme, Sopran oder Alt, die haben mit dieser normalen Stimme gesungen. Deshalb ist das auch nicht, dass man dann abgenutzt ist, wie zum Beispiel bei den Kontratenüren. Die singen ja mit der Kopfstimme, das ist ja künstlich. Aber die haben wirklich auf den Körper gesungen und deshalb war das auch ein ganz anderer Klang. Man kann das sich nicht vorstellen. Und wenn man diese Musik hört, es ist, es ist unglaublich, weil natürlich die Männer, die sind gewachsen wie Männer, hatten riesige Brustkörbe und konnten dann natürlich so einen großen Atem haben und hatten dann diese Stimmen. Aber eigentlich wie ein Sopran oder also unglaublich. Und so ist diese Musik. Sie konnten nicht Väter werden. Sie konnten nicht Väter werden. Ja, man muss sich entscheiden. Schön singen oder fahrt. Aber Sie sind ja beides. Sie konnten nicht Väter werden, aber ich glaube, sie waren hervorragende Liebhaber einfacher. Sie waren sehr, sehr, sehr für die Frauen attraktiv, weil die eben nicht schwanger wurden. Was mich nur irritiert hat, war Ihre Körpersprache, als Sie sagten, Sie mussten halt kastriert werden. Nicht kastriert werden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das mit diesen Zangen gemacht hat, aber ich habe gehört, dass das über den Anus irgendwie passiert. Und das soll gar nicht so schlimm sein. Aber ich setze das Gespräch fort. Also ich muss ehrlich sagen, für mich wird es jetzt gerade interessant. Ich weiß es nicht. Wir klären das und behandeln das in der nächsten Sendung. Ich sage es mal in einem kleinen Exkurs nochmal. Reinhold macht ein Special draus. Es gab mal einen tollen Film. War das der Farinelli? Farinelli, ja. Es gab mal einen Kinofilm, der war fantastisch. Und damals hat man, wie gesagt, dieser Film wurde mit zwei Sängern zusammen gemischt. Es hat einen Countertenor gesungen und eine Sopranistin. Weil es niemand gab, der das eins gesungen hat. Die Countertenöre können das ja singen. Theoretisch. Oder nicht? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Es gibt verschiedene Arjen, Cafarelli zum Beispiel, wo man eigentlich einen Umfang, einen Tonumfang von über drei Oktaven braucht, um das eigentlich singen zu können. Und die Countertenöre... Wenn man sich mit einer Kopfstimme singen würde als Tenor, würde ich es nicht hinkriegen, als Countertenor. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie hoch sie singen muss. Wie hoch kommen Sie? Wie hoch ist Ihr Umfang? Ich habe ein Rezept für sogenannte Voa-Mix. Das ist, dass ich praktisch mit Kopfstimme singe, aber färbe das so, das klingt wie richtig mit Stütze. Mit Stütze. Und noch höher? Noch höher? Noch höher? Das geht noch höher, glaube ich auch. Ja, früher war es höher. Ganz sicher. Wissen Sie das? Das ist eigentlich schon manchmal wie, also Sopranlage, wirkliche Sopranlage geht. Ich meine, man muss da noch natürlich Kadenzen machen und sowas, wo man noch höher geht, um zu zeigen, was man kann. Das haben die damals gemacht. Und dann sind die Leute alle umgekippt, wahrscheinlich die Frau natürlich, weil das absolut unglaublich war, auch dieser lange Atem. Und ja, also... Aber es ist natürlich eine moderne, also ich finde, es ist eine, mir erscheint es sehr modern und ich finde, es ist auch nicht so, es hat nicht so dieses Opernhafte. Nee, das möchte ich auch nicht. Sind Sie nicht so fürs ganz Klassische? Ich finde es eigentlich immer ein Kompliment, wenn man nicht unbedingt Opernsänger oder so, weil ich finde manchmal ist Oper kann noch ziemlich langweilig sein.